Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTubers Live. Ähm, ja. Cool, wir haben Geld bekommen. Mag ich gerne. Geld. Das ist mit diesen Bewerben bringt's auf jeden Fall. Oh, du bist fertig. Dann dazu und du kriegst einen neuen Job. Hier. Schau mal, da gibt's Aufgaben für dich. Da du ja nichts zu tun hast, Dorian. Machst du das gleich. Hallo, Schatzi, du wirst abgeknutscht. Das ist immer ganz wichtig. Ehepartner abknutschen. Okay. Öffnen. Jetzt müsstest du das machen können. Ja. Ehepartner sind dafür da, abgeknutscht zu werden. So, das promoten wir gleich, wenn's so super abgeht. Darf ich jetzt bitte promoten? Bitte? Ja, BWM. Also es bringt, holt ja eh immer das Geld wieder rein und ich denke, es bringt's halt. Okay, das ist wichtig. Wir gehen nicht mit einem gelben T-Shirt. Wir müssen hier was vorstellen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht so in... Wir gehen in so coolen Klamotten. So rockmäßig. Zum Event. Und wir brauchen dringend neue Klamotten. Das war so ein bisschen mein Knie, was geknackt hat. Ich hab heute zu viel Flamenco getanzt. Ohne Scheiß, wegen 0,1 Punkt, hab ich diese 4 Sterne nicht gekriegt bei WeFitU. Was für eine Scheiße. Aber ist das nicht unsere Freundin, also mit der, wo wir tatsächlich mal was hatten? Glaub schon, oder? Honey PSP haben wir. Der hat seinen Job abgebrochen. Ja, 13 Dollar. Wow. 13 Dollar ist jetzt nicht so die Hölle. Wenn ich da an Animal Crossing New Horizon denke, was 60 Euro kostet, ist das halt echt billig 13. Ich weiß nur, Zeiten hat jedes DS-Spiel 20 kostet. Schöne Zeiten waren das. Schöne Zeiten. Okay, ja. Für welche Konsole? PSP? Ja. Wir müssen gar nicht echt nach dem Spiel fragen, aber wir fragen einfach mal. Danke für das Spiel. Und können wir wieder abhauen von dieser wunderschönen Messe. Forcieren wir noch ein bisschen. Hier dürft ihr ein bisschen Fotos mit mir machen. Hier, wunderschön. Ich habe ein schönes Outfit an. Ja, danke, dass es dir eine Ehre war, dass ich meinen Arsch hierher bewegt habe. Ich verschwinde dann auch wieder. Öffnen. Was? Ich will nichts machen. Ich möchte nichts machen. Okay, du hast auch eine Aufgabe. Das freut mich. Aufträge haben wir halt hier. Aber ich kann halt jetzt gerade... Die machen halt beide gerade was, was soll ich noch machen? Öffnen. Schlafen. Eindeutig schlafen. Das soll ich machen. Das ist mir ein Salat oder so. So, du bist fertig mit deinem Video. Zeig das Ergebnis. Schön hast du es gemacht. Hochladen. Brav. Das ist ein angestelltes Dings. Brav. So, den ganzen Schrott da hinten können wir jetzt gleich mal verkaufen. Darf ich jetzt endlich dieses Schuhspiel verkaufen? Ja. Okay, das können wir wohl noch nicht verkaufen. Davon machst du jetzt einfach mal ein Walkthrough, weil ich glaube, das andere macht ja andere Typie bitte auf den Einser. Automatisch, ja. So, was sollen wir denn machen? Ne, ich möchte nicht ins Kino gehen, aber wir können mal schauen, ob wir da irgendwelche Veranstaltungen in der nächsten Zeit sind. Und, ähm, Rockfestival. Das hört sich echt schon so an, als wenn ich da hinwollen würde. Cosplayparty. Aber wisst ihr was? Wir müssen mal wieder arbeiten gehen. Hier einfach mal Systemadministratorin. Man muss doch mal arbeiten für sein Geld. Man kann es nicht immer nur von anderen geschenkt bekommen. So, du hast keinen Bock mehr oder keine Ahnung, was du für Probleme hast. Ja, du gehst time. Der andere Typie müsste jetzt auch langsam mal wieder aus dem Urlaub kommen. Ich kann mal wieder was twittern. Mach wieder ein Selfie. Ja, ist Selfie-Time. Und da steht, irgendeine von meiner Tür reden. Ja, ich komme mit zu deiner Party. Nein, ich möchte noch dein Ergebnis sehen. Zeige das Ergebnis. Hochladen. Problem beheben. Okay, ich sollte ja schlafen gehen. Ich werde übelst scheiße auf der Party rumrennen. Sportlich und pink. Oh Gott. Möchte ich was pinkes? Ich vermute es eher nicht. Wenn wir nichts pinkes haben, brauchen wir da gleich gar nicht hingehen. Hier, wir haben was pinkes. Okay, und jetzt brauchen wir noch was sportliches. Sportlich. Das ist doch sportlich. Aber wir brauchen jetzt eine andere Hose. Das geht gar nicht. Basic oder... Hm. Können wir auch ohne Hose gehen? Ja. Nee, hier so zum Event gehen. Wir sehen scheiße aus. Aufgaben. So, das dann macht dann direkt mal du. Und die Aufgabe nehmen wir auch an. So, ein bisschen Geld wiederbekommen. Bitch, da habe ich mir eine ganze Zeit so auf diese Party rum. Oh Mann. Wenn es dann nichts zu holen gibt, gehen wir eh gleich wieder heim. Ja, wir reden mit den Typen und verpüßen uns, glaube ich, wieder. Wenn wir schon so schnaufen und auf diese Party rumrennen, ist das keine vernünftige Party. Hm. Was lachst du? Habe ich einen Witz gemacht? Okay, wir gehen nach Hause. Ja. Haben wir sie glücklich gemacht, dass wir mit ihr auf eine Party gegangen sind. Wie soll sie sich freuen? Diesen Luxus kriegt nicht jeder. Hm. Öffnen. Nein, du gehst erst schlafen. Nein. Und eine Pizza essen. Aber wir können anziehen, was wir wollen. Wir ziehen mal wieder das Kleid an. Droht mir schon ein bisschen scheiße aus. Aber okay. Das passiert mal. Mal kann man auch nicht immer das richtige Outfit erwischen. Das tun wir nicht also, um nicht aus diesen Scheißen der Zweck geschmissen zu werden. Ich habe nach wie vor Hunger. Und es ist 11 Uhr nachts. Und ich habe Hunger. Hallo, reden mit dir. Oh, wir müssen da hier Auftrag erfüllen. Wofür? Ja. Schön, was mir ein Rabatt verschafft, wusste ich nicht. Wie ich mich nach vorne schleppe. Ich bin einfach Hunger und bin total müde. Aber muss hier sein. Daten. Alter, ich date hier keinen. Verpiss dich, oder ist das unser Mann? Hier, unser Mann. Von dem kann ich gerne daten. Dann nochmal reden. Ja, ein bisschen in der Öffentlichkeit rumknutschen. Macht sich sicher gut. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von YouTuber's Live. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.